EA findet Singleplayer auf einmal wieder super wichtig, ein MMO-Entwickler gibt zu, dass sein eigenes Spiel keinen Spaß macht und das Comeback von Dead Island 2 scheint so gut wie sicher. Heute ist der 3.8.2022. Ich habe gestern As Dusk Falls gestreamt und bin immer noch hellauf begeistert und hier kommen die News mit Jules. Wenn ihr auf die Steam-Seite des Survival MMOs Last Oasis geht, dann findet ihr dort einen Beitrag mit dem vollmundigen Titel Last Oasis Sucks. Gut, wäre auf Steam jetzt nichts Neues, denn in den Diskussionsforen geben Spieler oft ihren Unmut zum Besten und auch die zum Spiel angezeigten Review-Artikel etwaiger Gaming-Seiten können mal etwas deutlicher ausfallen. Absurderweise ist besagte Artikel aber von keinem geringeren als dem Last Oasis-Entwickler selbst. In Last Oasis bauen wir bewegliche Festungen, mit denen wir uns über das Land bewegen. Das Spiel befindet sich seit März 2020 im Early Access, musste jedoch kurz nach dem Start wegen Serverproblemen wieder offline genommen werden und bot Käufern Rückerstattungen an. Das Spiel tauchte dann wieder auf und wurde über die Jahre mit zahlreichen Änderungen versehen. Die Spielerzahlen belaufen sich jedoch stets nur zwischen ein paar Tausend und einigen Hundert und das bei durchschnittlichen Bewertungen. Der Entwickler Chats scheint die Probleme sehr genau zu kennen und spricht in seinem Beitrag sehr offen darüber. Man habe über viele Seasons hinweg Probleme beseitigt, doch das Hauptproblem bleibt bestehen. Auch er habe nie für eine längere Zeit Spaß mit dem Spiel. Man werde nun also weniger über Fixes nachdenken, sondern das Konzept von Grund auf neu denken. Das neueste Update beinhaltet zahlreiche dieser Änderungen. Zum einen wurde der Fokus vom nun optionalen PvP komplett auf PvE geschiftet, welches nun fordernder sein soll, sodass die Welt selbst zum Feind wird. Die größte Änderung ist aber, dass das Spiel eines seiner wichtigsten Alleinstellungsmerkmale, die nomadischen beweglichen Basen, komplett verwirft. Stattdessen soll es nun statischen Basenbau wie in vergleichbaren Survival-Spielen geben. Die beweglichen Strukturen soll es zwar noch geben, aber sie fungieren nicht mehr als Hauptlagerort für unsere Besitztümer. Ob die Änderungen in Last Oasis zu einem zweiten Frühling verhelfen, bleibt abzuwarten, aber die brutale Ehrlichkeit, mit der Entwickler Chats diese ankündigt, war uns definitiv eine News wert. In den letzten Wochen machte ja der ehemalige EA-Präsident John Riciciello bereits auf sich aufmerksam, indem er Spieleentwickler, die sich keine Gedanken über Monetarisierung machen, als verdammte Idioten bezeichnete. Und ja, dieser Satz wurde aus Clickbait-Gründen von vielen, vielen Seiten komplett aus dem Kontext gerissen und der Zusatz, dass sie auch brillante und reinherzige Menschen seien, wurde erstmal weggelassen. Riciciello hat sich mittlerweile für seine Aussage entschuldigt. Nun äußert sich Electronic Arts während eines Investorengesprächs ebenfalls nochmal zur Rolle von reinen Singleplayer-Spielen. CEO Andrew Wilson bezeichnete reine Singleplayer-Spiele dort als einen wichtigen Bestandteil des Gesamtportfolios. Für EA seien die beiden wichtigsten Ziele das Erschaffen von großartigen Geschichten und von starken Online-Communities und für diese Kernmotive spielten Singleplayer-Spiele eine wichtige Rolle. Dennoch sei das Live-Service-Modell weiterhin sehr wichtig und würde etwa 70% des Geschäftsmodells ausmachen, so Chief Financial Officer Chris So. Daher wolle man auch dort weiter investieren. Nachdem es lange Zeit so schien, als hätte EA sich komplett vom klassischen Singleplayer verabschiedet, scheint man durch den Erfolg von Star Wars Jedi Fallen Order tatsächlich wieder auf den Geschmack gekommen zu sein. Mit Nachfolger Star Wars Jedi Survivor, Dragon Age Dreadwolf und dem Dead Space Remake sind aktuell mindestens drei Hochkaräter mit einem Release in nicht allzu ferner Zukunft in Entwicklung. Könnte es diesmal wirklich echt sein, bekommen wir bald doch noch Dead Island 2 zu sehen. Aktuellen Gerüchten zufolge scheint das Comeback des Zombiespiels nun jedenfalls so gut wie sicher. Nach der ursprünglichen Ankündigung im Jahr 2014 gab es außer diverser Entwicklerwechsel nichts zu vermelden. Und die sind ja bekanntlich immer ein extrem gutes Zeichen während einer Spielentwicklung. Dead Island 2 wurde sogar so sehr zum Meme, dass sich der Goat Simulator im Juni mit einem an Dead Island angelehnten CGI-Trailer darüber lustig machte. Nun behaupten gleich mehrere Insider, dass das Comeback in diesem Jahr anstehe. Zuletzt gab es einen Bericht auf der Seite Try Hard Guides, der eine Ankündigung bis Ende des Jahres vorhersagt. Davor hieß es, man würde auf der Gamescom 2022 mit dem Spiel rechnen. Davor hatte der Spielejournalist Colin Moriarty in seinem Podcast Sacred Symbols davon gesprochen, dass der Titel frühestens im September bis Oktober veröffentlicht werden könnte, während Lars Wingeforce, CEO der Embracer Group und damit Rechteinhaber der Marke, einen potenziellen Release frühestens im Frühjahr 2023 für realistisch hält. Dem Insider Tom Henderson zufolge befindet sich Dead Island 2 in einem ordentlichen Zustand und man habe durchaus hohe Erwartungen nach ersten Anspiel-Sessions. Das Spiel setzt auf eine semi-offene Spielwelt, in der mehrere Spieler im Koop untote zu Brei kloppen oder schießen. Dabei gibt es mehrere Schauplätze wie etwa Hollywood oder San Francisco. Spielen durften wir bereits auf der Gamescom 2014, doch von dem damaligen Build wird heute wohl nicht mehr allzu viel übrig sein. In den vergangenen Monaten liegten dann immer mehr Builds auf komplett unterschiedlichen Ständen. Offizielles Gameplay zum wirklich aktuellen Stand fehlt derzeit noch. Wir halten euch aber natürlich auf dem Laufenden, ob und wann es endlich was zu sehen gibt und sollte wirklich zur Gamescom eine Ankündigung erfolgen, dann müssen wir auch nicht mehr allzu lange warten. Der neue kostenlose Spielmodus The Forgotten Saga für Assassin's Creed Valhalla ist erschienen. In dem Roguelite-inspirierten Modus begeben wir uns in die Tiefen von Niflheim und nehmen es dort mit immer stärker werdenden Feinden auf. Der DLC wurde im Juni auf dem Livestream zum 15. Geburtstag von Assassin's Creed angekündigt. Dort hatte Produzent José Araiza ihn als bisher ambitioniertesten Modus des Teams bezeichnet. Zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr soll dann noch eine letzte Episode folgen, die die Geschichte von Protagonist Ivor zu Ende führt. Die Zukunft von Assassin's Creed soll dann im September enthüllt werden, wo Publisher Ubisoft einen großen Showcase mit Ankündigungen zu mehreren Marken plant. Während es noch nicht offiziell angekündigt wurde, deuten mehrere Reports darauf, dass es sich beim nächsten Assassin's Creed Spiel um ein kleineres, wieder Stealth-fokussierteres Spiel mit dem aus Valhalla bekannten Basim in der Hauptrolle handeln wird, das angeblich im Frühjahr 2023 erscheinen soll. Außerdem steht ja noch die Blackbox Assassin's Creed Infinity im Raum, die ein sich über mehrere Zeitepochen streckendes Online-Spiel sein soll, jedoch noch ohne Details, wie das genau funktionieren soll. Das waren die heutigen News. Danke fürs Zuschauen, liken, teilen und abonnieren. Und wenn mir der Hinweis gestattet sei, dann schaut doch mal unser neuestes Video zu Fallout London, das mein lieber Kollege Michi für euch gemacht hat. Den seht ihr übrigens auch morgen in den News, denn ich bin den Rest der Woche im Urlaub. Haut rein und denkt immer dran, ihr seid wunderschön. Lasst euch niemals von irgendwem etwas anderes erzählen. Euer Jules.